Wer trippelt hier über die Wiese? Peggy! Hallo Peggy, Peggy! Die gute alte Peggy, auch sie. Nicht so einfach, leider Gottes. Ein bisschen misstrauische Hündin. Hey, schau mal her! Schau mal her, Peggy! Ostentatid, nicht in die Kamera schauen, gell? Hallo, da ist sie ja! Hoppla! Gut drauf, gut in Form. Wir haben, wie gesagt, ein älteres Semester und leider nicht so einfach, auch mit Menschen nicht immer. Aber das wissen die, die schon die Bekanntschaft mit ihr gemacht haben, wissen das. Also sie kann eine Seele sein, ich hatte nie Probleme mit ihr. Aber andere zwickt sie gerne in den Hosenboden, hm? Mit anderen Hunden geht es leider auch gar nicht, gell Peggy? Wir wollen Einzelkind sein. Hm? Lass man schauen, schöner Rücken kann auch entzücken. Ja, schau mal her. Hui! Nächster. Leider Gottes freute die Peggy nur von hinten und von der Seite. Hier noch einmal unsere Peggy, die ich vorher im Freilauf fotografiert und gefilmt habe. Also hier mit uns. Sie ist eine total nette Hündin, wenn sie ihre Leute kennt. Sie hat so ihre Vorlieben, wen sie mag und wen sie in den Hosenboden zwickt, gell Peggy? Wie sie eine kleine Schlaumeierin, hm? Eine süße, auch ältere Hündin. Schade, dass sie nie etwas gefunden hat, wie sie kleiner oder jünger war. Also hier im Tierheim ist sie leider Gottes auch oft in einer Einzelbox. Auch eher nicht so verträglich mit anderen Abgenossen. Und Katzen haben wir noch gleich gar nicht einmal geprüft, gell Peggy? Noch ist sie fit. Sagen wir mal, sie braucht nichts Besonderes. Sie braucht kein besonderes Futter, sie braucht keine Medikamente. Und es geht ihr, sagen wir mal, den Umständen entsprechend gut. Hallo Peggy! Was! Was.. Vielen Dank.